Einen Wunder von Guten Tage Couches zum nächsten Culling TT Special. Mit dabei sind es dieselben wie beim letzten Mal. Ihr hört mich alleine, obwohl es ein Special ist. Und wir spielen in Teams. Mit mir im Team sind Anne, Fisk und Krabs. Wir tragen Rot und wir können uns nicht verständigen, weil wir können nicht miteinander sprechen. Ja, das ist also das Special für heute. Teams ohne Verständigung. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Bei Knuckles brauche ich eigentlich echt gar nicht. Knuckles finde ich ohne das Perk relativ sinnfrei. Weil, keine Ahnung, 6 bis 18 und dann macht Krippel. Wow, super. Das lohnt sich. Kiste oben drauf, nein. So, ich habe jetzt auch mal den OP-Airdrop reingenommen. Hier mit der Pipe-Wrench. Für mich momentan die stärkste Waffe. Weil einfach lang, momentan, während zwischendurch meiner Meinung nach ja schnell absolut OP war. Du konntest, wenn du einen geblockt hast, konnte der danach, konntest du ihn ja danach, oder wurdest danach zwei, dreimal gehittet. Dass du den Block hochnehmen konntest. Jetzt kannst du ja nur noch einmal zuschlagen. Er craftet einer. Wer ist hier drin? Ah, Team. Hi. Nicht hauen. Alles klar. Schon mal gefunden. Das ist super. Deswegen. Das war gerade echt eine Herausforderung. Wo gehen wir hin? Lass mal runtergehen. Wir gucken uns unten um. Ich weiß nicht, ob er da schon war, aber ich würde sagen, wir gucken uns da unten nochmal eben um. Ich hätte ja jetzt einfach den Gaskontainer anmachen können. Und, ähm, ja, dann wäre Fisk im Zweifelsfall da drin gestorben. Wo war, shit, wo war denn die Höhle? Wo war die Höhle? War die hier hinten noch? Ja, hier war die. Hier wollte ich hin. Hier wollte ich rein. Und, ja. Nein, hier war schon einer. Jetzt die Frage, ob Fisk das war oder wer das war. Habe ich da einen gehört oder war Fisk das? Wie gesagt, das ist gerade mega taktisch dadurch, dass du nicht kommunizieren kannst. Da oben ist ein Container leer. Ja, könnte also sein, dass hier ein anderer war. Wenn es nicht Fisk war. Da hinten ist noch ein Container. Okay. Er craftet gerade erst mal. Äh. Man muss vor allem ja irgendwie versuchen, sich gegenseitig zu verständigen. Ich weiß nicht, was er für einen Airdrop hat, aber er soll mal ruhig nehmen. Da, nein, hier, hier, nein. Na gut, dann nehme ich jetzt den Kanister mit. Ich wollte ihm eigentlich sagen, dass er den Kanister mitnehmen soll. Also, aber eigentlich müssen wir jetzt hoffen, dass wir einen Fight finden können. Weil die Leute können sich ja nicht gezielt finden. Irgendwo wurde Gift angemacht. Ein Fisk soll mal ruhig vorgehen. Ja, da war ich halt schon drin. Das ist jetzt natürlich auch blöd. Alter, ah, er hat hier Spiegespiel. Hat er. Hier war ich schon drin. Tut mir leid. Mal in die Toilette gucken. Auch nichts drin. Oh, hier ist eine grüne. Ja, super. Wie ich die grüne Eis... Alter. Bin gespannt, ob ihr das direkt in die Kommentare geschrieben habt. Ist da was drin? Ne. Okay. Wie ich die grüne übersehen habe, ey. Wie viel war das denn? Alter, mir wurd's ein... Da wurde der Inhalt nicht angezeigt. Ja, komm. Hier ist einer. Leute, das ist der nächste Rote. Wie gut ist das denn? Okay, wir sind schon mal zu dritt. Wir sind zu dritt. Alles klar. Wie wir jetzt echt zwei Team-Mates... Also wir sind zu dritt, bevor wir überhaupt nur einen Gegner gefunden haben. Die Sache ist natürlich... Anne dürfte hier oben jetzt schon gewesen sein. Die kam ja von hier oben runter. Und ähm... Fisk und ich waren auf der anderen Seite. Wobei da ganz hinten noch irgendwo einer sein müsste. Fisk muss ein bisschen aufpassen. Dadurch, dass er Speedy Spee hat, darf er uns nicht weglaufen. Ich glaub, da oben war übrigens noch eine grüne. Ach shit, ich bin da reingetreten? War hier jetzt noch eine grüne? Hab ich das eben richtig gesehen? Ne, hab ich nicht richtig gesehen. Nein, ich muss mich einfach kurz halten. Nein. Oh, die fliegt sogar über uns drüber, aber... Äh... Wo sind sie hin? Jungs, wo seid ihr? Jungs, Mädels? Hier, hier ist Anne. Da ist Fisk. Nein, hier. Fisk. Ich bin auch hier. Hier. Was hat er gefunden? Ach nee, Schlagring. Brauchen wir nicht. Okay, Anne verkauft, glaub ich, vorne. Dann gehen wir da mal hin. Wir haben, glaub ich, keine Fernkampfwaffe. Keiner hat eine Fernkampfwaffe von uns gemacht. Okay. Nee, Anne kloppt sich gerade auch Hals. Boah, eigentlich müssten wir halt kämpfen. Wer fehlt uns noch vom Team? Krabs fehlt uns noch, okay. Ah, Anne hat einen Bogen, okay. Das ist schon mal gut. Leider haben wir aber ansonsten wirklich fast gar... Keinen Lohn. Fisk hat nur seinen gecrafteten Speer. Anne hat auch nur gecraftete Sachen. Ich habe nur ein gecraftetes Messer. Killed bei Tattoo. Wer? Loll, Dalu ist tot. Alter. Wie, wie, what? Dalu und Sachse. Das sind zwei Teams. Nee. Nee, nee, Dalu und Sachse sind ein Team. Wow. Okay. Okay. Da ist jetzt die Frage, ob die Einzelnen gestorben sind oder gemeinsam. Aber damit ist Team, ähm, das ist Team Blau schon mal dezimiert. Das kann natürlich bedeuten, dass Team, ähm, Grün schon relativ gut zusammen ist. Und wir vermissen immer noch Krabs. Man-Tracker. Na gut, Man-Tracker bringt ja gar nichts in dem Spielmodus. Das ist ein gutes Fass. Ich bin echt gespannt, wann und ob sie Team Battles in, das hier einfügen. Walla. Wo ist Anne? Das ist Anne. Ganz kurz gegen das Licht nicht. Oh, ist Fisk gegangen? Da ist Fisk gegangen. What the fuck? Da man sich hier halt wirklich nicht verständigen kann, bekommt man echt Probleme. Wenn man, wenn man die anderen aus den Augen verliert. Normalerweise könntest du dann ja einfach sagen, ja, hier, ich bin da. Bin hinter dir oder so. Oder ich stehe da und da, aber hier. Nee. Geht nicht. Wie sonst ist noch keiner gestorben? Was ist mit Dalu ist krass? Da hatte ich nicht, also. Da, da, da bin ich echt gespannt, wie das passiert ist. Fahren wir einfach mal von To-Do-Day-Kill. Na gut, das muss ja auch wieder nicht unbedingt was heißen. Wenn da mehr, wenn die mit mehreren unterwegs waren, passiert das halt. Und irgendeiner muss den Last-Hit bekommen. Wenn ich das Ding jetzt erforsche. Jungs, Mädels, wo seid ihr? Okay, Anna ist, glaube ich, nach oben. Ich brauche ganz dringend eine Waffe. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass Craps noch lebt. Das heißt, den haben sie noch nicht gefunden. Ja, hier sind wir relativ nah dran, das ist gut. Was natürlich jetzt auch schwer ist, du kannst dich mit Craps nicht groß absprechen. Ich will mir mal kurz den anderen Haufen. Weil ich brauche auch nicht mehr so viel. Ich hätte eigentlich ganz gerne meinen Air-Daw. Aber mittlerweile, wobei, was heißt, mittlerweile müssen wir nicht gefunden haben. Wir haben ja unseren letzten auch noch nicht gefunden. Von daher... Hoppala. Das war keine Absicht, das zu klauen. Okay, ich gehe schon mal wieder hoch. Und verkaufe schon mal den Man-Tracker. Weil das ist halt echt ein bisschen schade, dass der Man-Tracker in solchen Fights... Ich meine, klar, dafür ist das ja auch nicht ausgelegt. Aber, ähm... Den kann man hier halt ja wirklich jetzt nicht benutzen. Weil... Meine beiden Mates sollten hoffentlich nah an mir dran stehen. Ist eigentlich noch jemand gestorben mittlerweile? Nee. Das war ja die Frage. Wo ist Fisk? Kommt Fisk wieder hoch? Kommt eine mir hinterher? Ja. Okay. Gut, Fisk ist hier unten geblieben. Wunderbar. So, ich brauche noch einmal Credits. Die hier nehme ich mir gerade einfach mal mit. Dann rufe ich meinen Airdrop. Fisk glaube ich auch, oder? Ja. Haben wir noch einen? Kommt, lass doch hier doch noch irgendwo einer sein. Hier ist noch einer. So, die beiden müssen ja jetzt schön nacheinander ankommen. Wurde er abgeschossen, oder warum laufen die hier nach vorne? Da ist der erste, das müsste der von Fisk sein. Oh ja. Wir machen hier natürlich jetzt gerade unglaublich viel Aufmerksamkeit. Och, Anne schießt im... Ja, okay. Anne hat den schon mal abgeschossen. Anne jetzt hierhin, bitte. Anne? Anne? Anne, bitte. Und jetzt? Okay. Okay. Wer ist gestorben? Ah, Krabs ist gestorben. Shit, wir haben ihn nicht gefunden. Da, nehmt, 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 wenn ihr noch Platz habt. Okay, noch einer? Nein? Okay. Ja, jetzt hat... Okay, gut. Gut, gut, gut. Das eine Team ist jetzt noch komplett voll. Ja, aber ich meine, wir hatten nicht wirklich eine Chance, Krabs zu finden, muss man auch einfach gestehen. Werde ihn eigentlich getötet? Tautau. Tautau und Tudu sind beide aus... Ja, beide Team grün. Boah, mir fällt jetzt gerade erst auf, die macht 10 bis 30 Schaden, ey. Alter. Ich dachte eigentlich, die macht nur 27. Ah, na, es stimmt. Fürst hat er den mit dem 2 Tier 3 Sperren. Huch. Hihihi. Jetzt habe ich ihn geblockt. Keine Absicht. Alter. Alter, okay, wir haben... ...gleich 3 gegen 4. Oh, shit. Lebt jetzt eigentlich überhaupt noch einer? Es leben jetzt 4... Ne, es ist Finale. Wir gegen das andere Team. Wir haben die halt nicht gefunden. Wir müssen jetzt einfach hoffen. Die müssten hier hinten sein, weil hier hinten war Gas an. Wir warten jetzt auf die. Da ist noch ein Airdrop. War das Anne? Ach, Anne hatte auch noch ihren Airdrop. Nice. Oder? Aber wo ist hier denn ein Airdrop-Feld? Ach, der da. Das war eine Baitcrate. Hä? Wo kamen die her? Kann man gerade mal... Ach, Anne hatte eine Baitcrate drin, oder wie? Oh, shit. Oh, Mann, ey. Anne. Das war... Da hinten sind sie. Ja. Die Richtung. Der hat, glaube ich, getroffen, oder? Ja. Komm schon, wir haben einen. Oh, nein, Anne, nein. Komm schon, Fisk. Komm schon. Leute, schaut bei denen das Finale. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. the news.